moin moin mein name ist heinrich der löwe willkommen zurück zu mountainblade banner lord 2 und da sind es plünderer gewesen unsere plünderer hätten aufsteigen können die wollen wir ja nicht die nehmen wir nochmal mit ok warte da war ein 16er haben die auch gefangene aber das ist doch mal eine herausforderung die nehmen wir moral bricht ja sowieso bei denen immer schneller ein wir müssen kämpfen mehr leute kriegen so nimm mal den stock aus dem mund das klingt ja komisch wir reiten mal dran vorbei obwohl ich sie schon so ein bisschen auf meine richtung ziehe wir teilen die auf noch besser reiten wir den haufen hier vorbei und holen uns erstmal die anderen sind unsere kollegen quasi in überzahl scheiße falsche axt ich kann nicht werfen so jetzt muss zerstücke werden hier machen wir die axt testen holt hacken wo ist der andere ah den haben sie auch noch erwischt super haben wir verluste nein zwei gefangene aber ich glaube wir müssen mal den ganzen krempel verkaufen am rand muss karten denn karte muss immer so sein das habe ich mir angewöhnt das muss so sein karte drehen geht nicht so dann gehen wir erstmal in die taverne verkaufen aber nur die plünderer weil den vatanischer reiter oder wie man den immer nennt der könnte ja quasi könnten wir gut gebrauchen 2500 oder 700 habe ich gesehen gibt es hier vielleicht einen helden den wir schon rekrutieren können das sind schläger günstige arbeitskräfte aber die will ich gerade nicht haben moin sehr schwarz zahn ich glaube nicht dass ich euch kenne friede sei mit euch fremder dann stellen wir uns doch mal vor wo ich sage es ihnen es ist eine schöne geschichte voller abenteuer und romantik was kannst du überhaupt du kannst kämpfen du hast spänen man kann dir nicht trauen großzügig hinterhältig grausam also eigentlich perfekt für infanterie wenn ich das so sehe meine geschichte will ich gar nicht wissen ich hätte mir doch mal lesen sollen was da steht 495 ja komm nimm mit schwarz zahn noch hier wer den man kaufen kann rekrutieren kann ja man kann ja immer alt drücken und dann sieht man ja auch die wichtigsten charaktere aber das war's wohl so also man kann da klar auch durch die stadt gehen aber das mache ich immer in mission also meistens interagiere ich durch dieses über dieses feld schmiede betreten ja da bin ich zu schlecht für brauchen wir gar nicht reingucken gibt es hier ein wettkampf dann machen wir aber folgendes wir warten noch mal eine runde mindestens einen tag wenn uns ein schluck heißen kaffee heißer kaffee verbrennt man sich ja weil wir sind und ich bin noch nicht so gut im kämpfen das heißt ich könnte schon 100 lebenspunkte gebrauchen problem ist warten wir zu lange dann ist der kampf in arena vorbei aber ich glaube wir machen bis 100 prozent zurück gehe zur arena tritt den kampf bei ich hätte erst mal ein ganzes zeug verkaufen sollen aber egal die arenen nutze ich sehr häufig weil man da gut die möglichkeit hat ja geld zu machen leider kriegen wir ein pferd das ist natürlich doof ich will kein pferd ich brauche rüstung rüstung gibt es eher selten häufiger gibt es helme auch ein bogen oh shit oh shit oh shit schieß Junge mitten in die fresse rein nein Junge schieß doch Junge richtig oh Gott sei dank ja vor denen hatte ich Angst das war gerade glaube ich ein eine auserwählte oder sowas egal die können wir überspringen dann wieder einsatz kommen oh eins zu eins kampf okay das schon mal geschichte oi Glück gehabt ja bei den zweikampf waffen bewege ich mich mehr weil das blocken das kriege ich nicht so gut hin so einsatz bisher ist es eine dritte runde ist ja ganz gut gelaufen bisher ja denk drüber nach hat einen schönen salto gemacht und liegt ganz schön brav hat er gut gemacht bin ich stolz auf ihn so rund überspringen jetzt kämpfen wir gegen Bogenschützen hauptsache wir kämpfen jetzt mit äh mit einem Zweihandschwert und nicht mit einem Bogen Autsch aber mit einem Schlag hat er mir die Hälfte der Energie abgezogen Hammer ja jetzt haben wir einen Vollblutwert gewonnen aber das Geld ist auch nicht verkehrt mein Gott und wir haben Ruhm bekommen wir sind jetzt cool ja das Vollblutpferd kann ich gar nicht benutzen und du kriegst es nicht weil du bist für die Infanterie vorgesehen also wenn er irgendwie mit dem Stab umgehen könnte aber er kann ja nur hier aber ich habe auch nichts was er kann er kann hier noch Speere werfen ich könnte ihm ein paar Äxte geben den mache ich haben wir klamotten technisch was für ihn dabei nö oh bisschen besser als das was er trägt ist noch besser okay das braucht keiner Kopftuch ist immer cool Lehm brauchen wir auch nicht wo haben wir den Lehm her ah fette Geschirr kann man nicht aufnehmen wir heben es aber mal auf weil das Rest ist hier irgendwie die scheiße hier müssen wir ein bisschen Essen einkaufen weil umso mehr Essen wir haben umso besser die Moral und ruhig das ganze Geld für Essen ausgeben naja cool machen wir nicht weil sonst sind wir wieder voll aber wir haben schon gut Geld damit lässt sich auch schon langsam was anfangen wenn wir schon mal zur nächsten Borg reiten vielleicht gibt es da auch noch ein Turnier die Stadt ist ja eher eine Stadt Einrichter hat ein höheres Level sind wir natürlich zur falschen Zeit angekommen wir warten noch mal eine Runde aber wir gucken erstmal hier das höhere Level an ja es ist Führung da müssen wir auch noch mehr machen also mir passt es nicht dass ich hier zwei habe hier kann ich zwei mit leben ach also im Kampf gefällt mir das gar nicht machen wir erstmal hier einen Punkt rein dann hätte ich aber auch gerne einen Punkt noch eine Führung und wir machen auch noch mal hier einen Punkt rein und kriegen ein freies Attribut das ist doch schade doch nicht achso ich hab ich brauch dafür ein freies Attribut ich dachte ich kriegte gerade eins schade dann warten wir hier nochmal eine Weile und gucken ob wir zur Arena und ach seht ihr da gibt es auch einen Wettkampf fantastisch breites gezacktes Kurzschwert und wir machen gleich den Eröffnungskampf ah mit Äxten kann ich nicht im Zweikampf so gut umgehen immer bewegen einfach bewegen und hacken so überspringen 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 Bad Ulf Kugelbrust das ist ein cooler Name der ist neu und hier genau wie Schwarzhahn ist mir noch nie über den Weg gelaufen so ja nicht als erster Fallen Jungs ich könnte Hilfe gebrauchen ihr Kommunisten ah jetzt sind wir raus Scheiße ich bin noch zu weit vor gelaufen das war mein Fehler jetzt er schießt den Jungs los 2 zu 1 ey wie schießt ihr denn na los nochmal oh da schießt ja meine Oma noch besser Feuer 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 Alter ihr könnt ihr gleich bei Star Wars mitmachen oh zeitgleich umgekippt super sind wir noch weiter ja haben wir Glück gehabt hehehe boah es gibt ja Axtuell präsentiert von Axt ah vor zurück vor zurück so macht man das was nein falsch was zwei Schaden boah das war Glück hm hm also ich finde die die Arenen könnten bisschen schwerer schwieriger sein aber ähm ich glaube die passen sich bis in dem Spieler auch an weil das waren jetzt auch Leute die nicht ähm sehr gut ausgerüstet waren und ähm die eigenen Helden kommen ja später auch mit ins Turnier und meine eigenen Helden die kriegen auch immer die beste Rüstung was ich habe ähm ja aber jetzt können wir schon 21 Leute mitnehmen wie hat der einen komischen Kopf hier ja sind wir doch zu viel nimm mal 18 Clan Stufe immer noch wir brauchen mehr Ruhm ok ihr habt keine Mission für uns oh hier gibt es gleich zwei ich habe hier gerade Urin gelesen ok Mr. Urin bilde Truppen aus das ist die einzige Mission die ich immer verkacke immer entweder bringe ich die Leute zu spät zurück oder ich bilde nicht genug aus oder es ist auch schon präzise alle gestorben sind die mache ich immer nicht Erpressung ja das können wir machen das hatten wir ja schon und wir müssen es ja wieder selber machen so das heißt wir warten da kommen die Deserteure und die sind auch in Unterzahl ja ja zum Teufel sind sie wenn sie in diesem Dorf leben sollten sie besser etwas Silber und Wein auftreiben sie sehen lebhaft aus was ja die Texte sind auch immer dieselben ist ja nicht schlimm mein Gott aber ein bisschen mehr unterschiedliche Missionen könnten sie noch einbauen so Infanterie immer nach vorne und dann wo ist der Feind weiter vor und direkt auf uns zu cool dann kümmere ich mich mal um die Kavallerie wo meine Axt raus dafür brauche ich eine Zweihand-Axt ah mit der Zweihand-Axt komme ich besser ran ich liebe die Zweihand-Axt zu fährt ach scheiße das ist mit der Einhand-Axt komme ich da nicht ran es ist einfach zu kurz die gehen hier auf den Sack diese Wichser Ups das war das falsche Pferd Infanterie habt ihr schon platt gemacht? Shit Mist Mist Doppel Mist ich treff die nicht ich bin der schlechteste Reiter ever bei Star Wars wäre der jetzt explodiert so das ist auch was man machen kann ne da laufe ich jetzt nicht hin das macht mein Pferd nur kaputt Bowman hinten hin 1 1 Attacke fuck zu kurz Ah ein Bogenschützen aber schon verloren oh diese nein das alter du scheiß weiter da ist noch einer bleib stehen du bleib stehen du ah diese Axt ist zu kurz kaiserlicher Recruit ach dafür machen wir gute Gefangene aber haben leider doch ein paar Leute verloren ah ein Schild das ist super dann nehmen wir mal die Axt raus und packen das Schild wir könnten auch die Lanze nehmen aber es ne natürlich alles mit erstmal oh das ist sogar besser für Körperpanzerung das ist ja noch besser bessere Handschuhe bessere Stiefel das hat sich gelohnt natürlich haben wir ein paar Leute verloren aber mein Gott es sind doch nur Menschen einfache Bauern egal was kostet die Welt guck mal wir kriegen 900 und wir sind wieder ehrbar wir machen nur die Hälfte wir kriegen mal wieder zwei Fertigkeitspunkte die sind cool ah dass mein Löwe nicht aufs Logo passt das ist ein bisschen bescheiden ich orientiere mich jedes Mal an die Fahranne wir gucken jetzt mal hier ob das sich auch da ändert ja perfekt du bleib da du bist auf der Fahne er geht da ein bisschen unter aber ist egal so die andere Mission machen wir ja nicht wir müssen leider noch mehr Ruhm sammeln oh Plünderer 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 was ist da für eine Mission? ach wie wir seine Tochterkacke finden kann man machen ich habe ja gerade keine Lust da schlachte ich lieber ein paar Plünderer ab kleine Augenblick bevor wir sie schnappen hier kriegen wir schon mal einen Freiwilligen so ihr werdet auf jeden Fall sterben nur zwei Bogenschütze das ist ein bisschen oh wir müssen uns beeilen ähm Formation Schildball Bogenschützen hier hinten hin und ich versuche mal ein bisschen Zeit zu gewinnen Autsch Autsch so euch kriegen wir auch noch ich habe keine Axt mehr verdammt verdammte Axt naja die Axt habe ich ja überhaupt gar nicht mehr stimmt es gibt es gibt Speere die sind besser glaube ich oh der lebt ja noch boah schon wieder zwei Leute verloren schade das sind die einzigen Gefangenen die ich erstmal verkaufe und ein Bogenschützen hatten wir verloren das ist natürlich ne noch an der zweiten aaaah keine Zweihand Axt verdammte Axt die sind gerade aufgestiegen ne wir haben äh Einhandschaden wird um 4% erhöht oder Trefferpunkte um 3% erhöht so HP gehe ich mal von aus ne wir brauchen HP ok Leben ist wichtig gerade in der großen Schlacht so es war nicht ein Dorf von unserer Fraktion aber man kann ja selber mal gucken was es da zu rekrutieren gibt nehmen wir mal 4 mit vielen Dank und auf Wiedersehen hier das Ausbauen der äh Borgen und der Dörfer müssten sie meines Erachtens noch verbessern dass man auch das sieht was wir haben ok die haben hier gar nichts aber hier die haben Holz zum Beispiel dass man dann Sägewerk bauen kann oder verstärkt auf Holzfäller gehen kann und die Ressource auch handeln das wäre schon richtig cool ok ihr habt gar nichts für mich dann reisen wir doch mal weiter ihr habt auch nichts für mich dann reisen wir weiter Plünderer die nehmen wir uns vor und was hat der einen Familienstreit ach da tötet einen Verwandten von Kohl von irgendwen bla 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 bietet an Blutgeld zu zahlen ich habe es einmal versucht diese Mission ich habe es nicht hingekriegt ach komm wir versuchen es ich glaube dass ich euch nicht kenne Friede sei mit euch Fremder dann stellen wir uns mal vor ich bin keine Ahnung Rilan ich besitze hier gegen das Land ich spreche für viele Menschen in diesem Dorf ich werde mich an euren Namen erinnern was für ein Problem haste einer meiner Verwandten ist während eines Streits seinem Temperament zum Opfer gefallen und hat einen Mann aus dem Reunard Nile getötet wir haben angeboten das Blutgeld zu zahlen aber die Familie der Verstorbenen hat es hartnäckig abgelehnt wie sich herausgestellt wie sich herausstellt ist der Verstorbene ein Verwandter von Kohl von Goynard Nile den Ältesten der Region und nun haben die Männer von Goynard Nile geschworen meine Verwandten zu töten das klingt ziemlich ernst fahren sie fort meine Familie ist um das Leben des Jungen besorgt er hat sich in der Nähe von Dorf von Dorfgemeinschaften versteckt da er jederzeit getötet werden kann wir brauchen zumindest jemanden der ihn beschützen kann bis das Blutgeld abzitiert und die Fede beendet ist wir wären ihnen dankbar wenn sie meinen Verwandten helfen und ihn vielleicht eine Weile mitnehmen können was kann ich noch tun sie können meinen Verwandten eine Zeit lang unter ihren Schutz behalten bis sie die Menschen die nach Rache rufe beruhigt haben vielleicht können sie ihnen einer ihrer Kriegsgefährten und fünf Männer näher können wir nicht muss man leider persönlich machen wir wären ihnen ewig dankbar wenn sie meinen Verwandten helfen könnten ich muss hinzufügen dass ich bereit bin ihnen 500 Goldstücke für ihre Mühe zu zahlen er versteckt sich hier irgendwo gehen sie zu ihm und sagen sie ihm dass er jetzt in Sicherheit ist gut das war nämlich ah jetzt fällt mir wieder ein warum ich die Mission damals nicht geschafft habe ähm folgendes ich wusste nämlich nichts von der Eiltaste von dieser Möglichkeit und ich habe bestimmt in diesem Dorf eine halbe Stunde gesucht und den Typen nicht gefunden dann habe ich auch die Mission verkackt so jetzt habe ich nicht aufgepasst wie hieß der Typ entweder ist es der hinten weil der ist glaube ich zu nah komm wir reiten nochmal zu den hinteren hin weil von dieser Fraktion finde ich die Dörfer ganz nett hat jetzt nicht so viel mit Mittelalter zu tun will ich jetzt mal zu behaupten aber schöne Runddinger vielleicht gab es die doch irgendwo in England oder so also keine Ahnung ah ja hinter mir ist mein Kollege der mich verfolgt lass mal dem Kollegen mal bluten indem wir ein bisschen schneller reiten hätten wir vorher die Stiefel ausziehen sollen hehehehe ja ganz versteckt am Rand das ist ja bestimmt der Halunke nett ja wenn hier Internet wäre könnte ich mir hinziehen haha so wer bist du? wer sind sie? was wollen sie von mir? Ruhe! ich habe deinen Verwandten Rilan von Thor Light gesprochen ich äh kenne die Situation genau und werden sie mich beschützen? ja werde ich kommen sie jetzt ich werde sie mit zum Call von Goynard Nall nehmen und diese Angelegenheit friedlich lösen auf keinen Fall ich werde nicht in der Nähe gehen sie werden mich töten sie können nicht weiter wie ein Feigling leben ich kann dich nicht für alle Ewigkeiten beschützen wir müssen das irgendwie lösen außerdem gebe ich dir meine Ehre dich zu beschützen wenn es hässlich wird ich bin mir bei allem immer noch nicht sicher aber ich traue ihnen bringen wir es hinter uns na ist von nett von ihm so er ist bei unserer Gruppe drin das heißt ich bin schon mal weiter als letztes Mal aber die Mission habe ich das letzte Mal auf Englisch gespielt so jetzt müssen wir wohin? Gott sei Dank steht das immer hier drin ähm ach das heißt wirklich Goynard Nall ich habe die Dörfer hier mal überfallen aber ich weiß nicht wo das ist auch da hinten ah hier ist auch der Punkt das ist der hilft manchmal wenn man weiß wonach man suchen muss immer gespannt ob die uns vielleicht trotzdem angreifen angreifen oh den Vogel den müssen wir sprechen oh mein Kaffee ist schon fast leer nun was haben wir denn hier sind sie zu ihrer eigenen uns bitte was jetzt habe ich schon weiter geklickt warten sie wir sind gekommen um zu reden hören sie uns bitte zu du verdammter Bastard ich wusste dass wir dich irgendwie finden würden jetzt wirst du der Gerichtlichkeit ins Auge sehen immer mit der Ruhe dieser Junge steht jetzt unter meinem Schutz wir sind gekommen um in Ruhe zu reden was gibt es zu besprechen dieser Bastard hat einen meiner Verwandten ermordet und es ist unser Recht an ihm Rache zu üben ich bin nicht überzeugt ich werde den Angeklagten schützen bis sie zur Vernunft kommen die verstoßen gegen das Gesetz sie haben Recht ja wir könnten ihn quasi übergeben machen wir mal nicht ich sag ihm die ja genau er verstoßt gegen das Gesetz vielleicht es kommt Text so ja uns fällt ein er sagt es sei ein Unfall gewesen und seine Familie ist bereit das Blutgeld für seine Torheit zu bezahlen das Gesetz sagt man muss es akzeptieren sonst wird man bestraft ah 74% es war ein Erfolg so das brauchen wir noch einen zweiten Punkt wir haben eigentlich nur als Möglichkeit den unteren so und dann wird dasselbe derselbe Brauch ihnen Frieden den Feinden denselben Recht da komm machen wir einfach na war ein Erfolg seht ihr so einfach war das ja vielleicht haben sie recht ja wir haben auf jeden Fall recht so ja gut bei denen sind wir jetzt ein bisschen unten durch ist halt so Mensch eine Mission doch ganz einfach Typen finden hinreiten übergeben zack fertig oder nicht übergeben genau Quest wurde auch schon abgehandelt schön 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 hat das ein bisschen unser Ruhm oder so gesteigert unsere Clans Stufe bisher 39 dauert ja ewig das machen wir ja gerade 5 Plünderer sind mir zu wenig 5 Plünderer sind mir zu wenig eine Mission aber ich habe keinen Bock auf Töchter suchen soll er mal lieber alleine machen oh 12 Plünderer die nehmen wir nicht mehr bleib stehen ihr Plünderer ich würde auch liebend gern gegen das Doppelte kämpfen los bleibt doch beide stehen zusammen seid ihr mehr als ich halt stopp ich möchte euch tot zu Tode hacken geht doch aber leider kämpfen wir jetzt im Dunkeln das finde ich mal ein bisschen bescheiden und da ist auch gleich ein dem wir anquatschen werden ah den hatte ich damals geköpft das ist der König von denen das war die erste Fraktion in meinen Singleplayer vor dem ich keine Borki gekriegt habe Soldiers kommen wir von gerade zu das heißt Schildweih ich liebe Schildweih so ihr könnt da bleiben wo ihr seid das ist richtig schön ihr könnt nicht so richtig von der Seite angegriffen werden nur ein bisschen oh das ist weh ouchi bouchi ouchi tu mir weh steh nirr rumpf Alter, jetzt hauen die alle ab, oder was? Bisschen wir die Axt aufleveln. Gleich stehen hier, Puck. Ey, gib mir mal eine Axt wieder. Ganz schön feucht hier. Ich muss aufsteigen, es tut mir ja leid. Ich muss leveln. Es tut mir leid. Willst du anders entkommen? Auch schön eigentlich hier. Wichtig ist, wir haben keinen verloren. Das heißt, unsere Leute, die die Schlacht überlebt haben, kriegen Erfahrungspunkte. Und ich bin glücklich. Ich habe zwölf alleine gekillt. Oh ja. Ja, die Meister habe ich jetzt auf der Flucht gekillt. Ich bin so ein Held. Naja, komm, nimm mal mit. Können den Scheiß wieder verkaufen. So. Wo bist du denn, mein Freund? Nein, nein, nein. Nicht vorbeireiten. Nicht vorbeireiten. Los, schneller. Ich wollte das sagen. Ja, den habe ich dir in den Kopf abgeschlagen. Nur weil du mir damals nicht Borg geben wolltest. Ganz einfach. Ich habe für dich eine Borg hintereinander befreit erobert und du hast mir keine einzige abgegeben, da konnte ich dir nur in den Kopf verpacken. Aber das ist jetzt ein anderes Spiel. Noch kennen wir uns nicht. Verzeiht mir, dass es vielleicht wie eine Vorsichtsmaßnahme erscheinen mag, aber bitte behaltet Abstand. Etwas mehr als die Schwertlänge ist in Ordnung. Also, wer mögt ihr sein? Ich bin Heinrich. Ich bin Horst, König von Valandania oder so. Ich bin Fürst von Sargoth und Galent. Schön. Könnt ihr mir über die Schlacht von Pendraic berichten? Es war ein Sieg von der Art, die fast so schlimm ist wie eine Niederlage. Wir hatten dem Kaiserreich einen Eid geschworen, uns ihn anzuschließen, falls sie angegriffen werden. Es schien mir klar, dass wir unseren Eid hätten einlösen sollen, dass die Batania und Sturgir Aggressoren waren. Aber es gibt immer Raum, um über Details zu streiten. Letztendlich wollten unsere Barone nicht mit dem Reich kämpfen. Also weigerten sie sich, dem Reich zu Hilfe zu kommen. Als Nerezes hörte, dass wir zögerten, schickte er uns eine Botschaft, in der er uns Feiglinge Verräter nannte. Und das sagt man zu einem Valandianischen Adligen auf eigene Gefahr. Nerezes hätte wissen müssen, was er tat. Wir schlossen uns den Sturgiren an. Ich habe nicht in der Schlacht gekämpft. Ich stand auf einem Hügel und sagte meinen Kommandeuren, wohin sie gehen und wen sie angreifen sollten. Und das haben wir ziemlich gut gemacht, wie sie sicher gehört haben. Ja klar, habe ich gehört. Trotzdem haben wir Verluste hinnehmen müssen, schwere Verluste und wenig gewonnen. Und dafür geben die Barone mir die Schuld, obwohl es ihre Idee war, zu kämpfen. Ich habe an diesem Tag gelernt, dass ein König immer führen und niemals folgen sollte. Aber es war eine bittere Lektion. Ja, danke. Nö, mehr will ich mit denen nicht zu tun haben. Bitte geh. Wenn du hier irgendwo in die Quere kommst, hacke ich dir den Kopf ab. Ah, hier ist ein Dorf. Guck mal. Ah, guck mal. Banditenversteck. Banditenversteck. Hm, keiner hat da ein Problem damit. Schade. Schade, 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 schade. Okay. Aber dann kann man sich das mal merken. Es gibt ja Missionen, da muss man auch eine bestimmte Art von Banditen jagen. Wenn wir dafür keine Missionen haben, lassen wir die einfach bestehen. Und nimm uns nochmal die Plünderer, die gerade kommen. Als Snack für zwischendurch. Und ich sehe schon, die Folge ist lang genug. Ich mache die jetzt im Offscreen fertig. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne mal einen Like, einen Kommentar. oder wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Ansonsten haut rein. Bis zum nächsten Mal. Wo wollen die denn hin? Bleibt doch mal stehen, Junge. Jetzt habe ich euch. Aha.